So, liebe Ladies, ich drehe den Spieß heute mal um, und zwar teste ich heute Anmachsprüche an Männern, die sie eigentlich bei uns bringen. Und wie die dann reagieren, schauen wir uns das mal genauer an. Boah, ist mega heiß hier, oder? Oder seid ihr das? Nee. Nee? Nee, geht. Ich habe das Gefühl, ihr seid der wahre Grund für die globale Erderwärmung. Echt? Ja. Das hat mir sofort aufgefallen. Bist du religiös? Nee. Echt? Du bist irgendwie die Antwort auf all meine Gebete. Okay. Ich habe immer gebetet, dass ein Mann wie du mir begegnet. Wirklich? Ja. Hast du mal einen Stift? Dann musst du mir einen Kuss geben. Hast du einen Stift? Willst du? Nein. Da habe ich gerade mal einen Stift für mich. Stift? Einen Stift. Wie Stift? Einen Stift zum Schreiben. Wofür? Ich wollte mir deine Nummer aufschreiben. Gar nicht. Wie soll ich mir denn jetzt ihre Nummer aufschreiben? Müsste ich merken. Ach. Entschuldigung. Darf ich vielleicht kurz jemanden anrufen von deinem Handy? Ich habe keinen Akku mehr. Ja, hallo Mama. Ja, ich habe dir doch versprochen, dass ich dich anrufe, wenn ich meinen Traummann gefunden habe, oder? Ja. Ja, der sitzt jetzt gerade neben mir. Wie heißt du? Juan. Juan. Juan heißt er. Ja, ja. Ja, okay, cool. Dann hast du ja auch gerade seine Nummer, weil ich rufe dich ja von seinem Handy aus an. Weil wir sind gerade zusammen unterwegs. Sorry. Du bist mir sofort aufgefallen. Ja. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Weiß ich nicht. Wieso? Ich kann auch gerne nochmal vorbeilaufen. Vielleicht bist du dir dann sicherer. Und dein Papa war da ein Dieb? Hat er die Sterne geklaut und in deine Augen gesetzt? Was sagt sie? Ich habe irgendwie das Gefühl, du machst Yoga, du wirkst so glänkig. Nein, ich komme gerade vom Orthopäden, also ich bin so leicht verletzt. Leicht verletzt? Achso, es hat bestimmt wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist, oder? Ja, nachdem ich dich gesehen habe. Bist du ein Engel, oder? Bist du für mich gekommen, oder? Wo sind deine Flügel? Ich fliege nur, ich falle nicht. Okay, dann musst du mir an den Kuss geben. Bist du Google? Was bin ich? Ob du Google bist. Ob ich Google bin? Du bist irgendwie alles, wonach ich gesucht habe. Bist du Google? Nein, ich bin Facebook. Du bist Facebook? Du kannst mir deine Nummer eingeben. Ich klau dein Herz. Ist das eine Weltraumhose? Nein, das ist eine Liva, das ist nichts Besonderes. Echt? Weil der Arsch sieht darin aus, wie nicht von dieser Welt. Ah. Ist das eine Weltraumhose, die du anhast? Nein. Weil der Arsch sieht darin aus, wie nicht von dieser Welt. Du hast dich gefreut. Ja, ich dachte, das wäre ernst. Wuhu! Sexy, sexy Chico! Ein Backen würde mir auch reichen. Ich kann nicht. Oder ich gebe dir einen. Nein, danke schön. Okay.